Das ist ein Film über Grimme. Und das ist ein Film über Damme. Das ist ein doppelter Imagefilm. Grimme hat über 2400 Mitarbeiter. Die findet man überall auf der Welt. Damme über 17.000 Einwohner. Und die leben gerne hier. Ich bin hier echt gern. Das ist die Produktionshalle von Grimme. Hier produzieren wir die besten Landmaschinen. Diese Halle liegt genau zwischen dem einen Förtner und dem anderen Förtner. Moin! Damme liegt irgendwo zwischen New York und Tokio. Genauer gesagt zwischen Bremen und Osnabrück. Aber wer will denn das schon nennen? Das sind die Mitarbeiter von Grimme. Die sind alle sehr bodenständig. Und das ist eine Kuh in Damme. Die ist ständig am Boden. Überhaupt haben wir bei Grimme ganz viel mit Böden zu tun. Und dem, was da wächst. Roten, Zwiebel, Sellerie. Das ist unser Beitrag für die Ernährung der Welt. Zwiebel und Kartoffeln. Das ist Dammes höchster Berg. Und das? Dammes tiefster See. Das ist Grimes lässigster Staplerfahrer. Der bringt die größten Maschinen in die kleinsten Plätze. Und das ist Grimes kleinster Mitarbeiter. Der sucht sich aber immer die größten Plätze. Bei Grimme kann man viel erreichen. Und in Damme kann man viel machen. Das ist Schleppi. Der zieht 20 Tonnen. Das ist der Zug in Damme. Der zieht gar nichts mehr. In Damme leben viele Familien. Und das ist Familie Grimme. Überhaupt ist Grimme ein Familienunternehmen. Kein Konzern. Grimme hat flache Hierarchien. Und Damme? Ganz viel flaches Land. Und die Mitarbeiter von Grimme sind sehr fleißig. So feiert man bei Grimme. Und so feiert man in Damme. Bei Grimme achten wir auf Gleichberechtigung. In Damme auch. Wir haben nur einen Klo. Grimme hat Partner auf der ganzen Welt. Damme hat eine Städtepartnerschaft mit Damme. Das liegt aber in Belgien. Ich glaube, da habe ich mal Urlaub gemacht. In Damme kann man lecker essen. Bei Grimme auch. Ja, Montags gibt es hier was mit Kartoffeln. Mittwochs auch. Eigentlich immer. Mahlzeit. Grimme hat die besten Mitarbeiter. Damme hat die nettesten Einwohner. Grimme baut Hightech-Maschinen. Damme ist eine Hightech-Region. Grimme und Damme haben viel gemeinsam. Denn Grimme ist in Damme. Und wer bei Grimme arbeitet, wird Damme lieben. Das ist der Link zu Grimme. Und das ist der Link zu Damme. Ist ja ein doppelter Imagefilm. Äh, wir sind ja hier keine 9-to-5-People. Ich bin doch mal weg. Hm.